Herzlich Willkommen bei Northern Delight und Technik & Lifestyle Channel. Wir sind auf dem Weg ins regnerische Lübeck und wir wollen einen Gewinn übergeben, den wir vor ein paar Tagen hier verhost haben. Beziehungsweise vor Wochen haben wir ja eine Taschenlampe als Gewinn ausgeschrieben. Und die übergeben wir gleich und es hat ein YouTuber gewonnen. Und wenn wir sagen, YouTube und Lübeck, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, um wem es sich handelt, aber wir verraten noch nichts. Das seht ihr nicht so. Hallo ihr Lieben, wir haben schon angekündigt, wir sind heute beim Wohnprinz zu Besuch, hier in seinem Wintergarten. Und... nicht? Nicht. Und der Grund ist, er hat was gewonnen bei uns. Wir haben ja letztens eine kleine Taschenlampe vorgestellt, jetzt das Lied. Kleine Taschenlampe brennt. Ja, das hatte ich auch gerade im Kopf, genau. Ja, heute ist der große Tag der Übergabe. Bitteschön. Deine Taschenlampe. Dankeschön. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir die nochmal so ein bisschen erklärst. Ja, das habe ich befürchtet. Mal sehen, wie ich es noch kann. Ich bin technisch nicht so der Begabendste. Gleich mit Gürtelclip. Gleich mit Gürtelclip, das ist ganz praktisch. Und wir tun jetzt mal den Akku rein. Okay, das ist dann schon mal eine ganz andere Dimension einer Taschenlampe. Ich kenne immer nur die einfachen. Ja, sie ist ein bisschen größer, sie ist ein bisschen schwerer. Ich meine, Feuerwehr und Polizei benutzen die. So, und jetzt kannst du da schon mit spielen. Sie ist ein bisschen geladen. Ich glaube nicht. Okay. Sie sollte geladen sein. Okay, sie ist nicht geladen. Ich habe sie heute Morgen ausprobiert. Sie war geladen, ich schwöre es. Ist wahrscheinlich die Kälte. Erklär mir mal, wie lädt man das denn? Genau. Wir haben hier einen Magnetkontakt. Siehst ihr? Und dann haben wir das Ladegerät oder das Ladeteil, USB-Anschluss. Der kann entweder in den WC kommen oder als... Ah ja, wie beim iPhone. Genau. Und das Ladegerät. So rum. Steckdose. Und dann ganz einfach... Das ist ja cool. Ja. Nur über Magnet. Nur über Magnet. Nennt man das Induktion? Ich weiß es nicht. Induktion? Ja, ich glaube, das ist... Die Kochfelder heißen auch so. Wenn man sie rauf stellt, die Köpfe, dann werden sie... Aber die sind nicht magnetisch, die... Ich glaube, das wäre ein bisschen... Nimm mal den Topf vom Herd. Genau. Ja, das ist jetzt deins. Wir haben hier noch was anderes für dich. Kein Parfum. Okay. Ich liebe ja Überraschung. Ja. Das gehört aber auch zu. Ach. Ja. Damit du es dann auch im Auto, im Wohnmobil, wo auch immer laden kannst. Das ist natürlich praktisch. Sehr schön. Alles kaputt ist. Cool. Dankeschön. Ja. Gern geschehen. Dass mein Glück mich mal wieder... Ja. Besucht hat. Wir hatten nur sechs Teilnehmer. Da war das nicht so... Okay. Aber das ändert sich hoffentlich, dass da vielleicht in Zukunft noch ein paar mehr mitmachen. Aber... Ihr seht es lohnt sich. Genau. Abonniert uns und... Ja. Natürlich könnt ihr auch ihn abonnieren. Ja. Zwar nicht mehr nötig, aber doch. Macht's mal. Ist ja nicht nur wegen dem Verlosen, sondern wegen der Qualität der Videos. Das muss man ja ab und zu sagen. Ja. Viele machen Verlosungen, um Abos zu bekommen. Ja. Um von der Qualität ihrer eigenen Videos abzulenken. Ja. Leider ist das sehr oft so aufgeführt. Aber ich finde, das ist bei euch nicht der Fall. Deswegen kann ich euch ja alle... Das hört man gerne. Aber ihr müsst natürlich auch weiterhin ihn abonnieren. Nicht nur uns. Und die... Nicht nur uns. Und die zwei. Also... Kameramann und ich. Ihn auch. Was machst du damit? Achso. Leuchten. Leuchten. Also ich... Hör zu Hause immer sehr oft. Ich probiere nur eine Toschenlampe. Ja. Und da ist das eigentlich ganz cool, ja. Und da ist sowieso... Das muss ich jetzt mal so sagen. Ich bin im Dunkeln echt ein Schisser. Ja. Ich mag das überhaupt nicht. Abends alleine von der Arbeit nach Hause. Im Winter. Das tut praktisch, ne? Da ist ja auch diese Defense-Funktion. Ja. Du kannst auch gut prüfen. Die hat gut Gewicht. Also die tut bestimmt auch mal weh, wenn's sein muss. Ich find's cool. Aber da kann man keine Flugzeuge mit zum Aufsturz bringen, ne? Das ist nicht so... Wenn nur direkt. Also... Wir probieren das nicht aus. Ja, cool. Ja. Abonniert Nordheim die Live. Genau. Abonniert uns. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Aber wenn sie auf meinem Kanal sind, dann sind das meiste, ja... Nein. Es stimmt auch neue Zuschauer, ne? Es gibt ganz viele Zuschauer, und vielleicht sollten wir das ansprechen, es gibt ganz viele Zuschauer, die gar nicht wissen, was Abonnieren eigentlich heißt. Das ist wirklich so. Also ich dachte am Anfang auch, ne, abonniere ich nicht. Das kostet Geld. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele... Das kostet kein Geld? Nein. Ach. Es gibt ganz viele YouTuber, die haben ganz viele Stammzuschauer, die aber nicht abonnieren. Ja. Was natürlich schade ist. Die klicken meistens auf Freunde, werden oder als Freunde zu fühlen. Was ja auch gut ist. Was auch gut ist, ja. Aber ihr werdet halt durchs Abonnieren immer als einer der Ersten informiert, wenn ein Video hochgeladen ist. Was soll die denn tun? Bei uns, bei Ihnen. Und jetzt haben wir so ein kleines Tutorial noch gemacht, ne? Welches denn? Wie man abonniert. Wie man abonniert. Oder warum man abonnieren sollte. Genau. Immer oben auf dem gelben Button. Oder unten im Channel. Jetzt weiß ich ja nicht. Entweder so schräg runter oder da schräg runter. Ich finde das immer ganz cool. Und dann in einem halben Jahr ändert YouTube das Design wieder. Und die Zeit abonniert uns. Und da oben steht wahrscheinlich Abo kündigen irgendwann. Ja, wahrscheinlich. Ja, cool. Aber ihr kriegt das hin. Genau. Ihr auch. Und wir sehen uns dann zur Shopping-Tour in der Wäscherei. Ja, gerne. Ja, cool. Cool. Das wird sicher cool. Das wird lustig. Am besten an einem Samstag. Da ist da noch ein bisschen Stimmung. Da ist voll Haus, ne? Ja. Mit Musik und Tralala. Wie? Mit Musik und Tralala. Da wird dann richtig Rami-Gami gewonnen? Ja. Ja, richtig Rami-Gami. Es ist ein bisschen lauter da. Ne, jetzt echt? Ja, echt. Cool. Also so ein bisschen Party-Stimmung. Sehr cool. Ja, das, was sich viele wünschen, ne? Eine Party während des Shoppings. Genau. Wo man einen Anfall nach dem anderen kriegt, weil man ein noch viel schöneres Teil als zuvor gesehen hat. Und ein Gerät in den Kaufrausch sozusagen. Freut mich drauf. Sehr schön. So. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Video. Ja. Von Notan Willein. Und dem Thronfensten. Genau. Tschüss. Tschüss. Ist der Kamera voll? Nein. Ne, eigentlich ist er auch eine Rampensau. Töne ist ein Rampensau. Vielen Dank.